Willkommen zurück und neue Aufnahme, neues Glück, ich hoffe ich stelle mich diesmal nicht ganz so doof an. Ja, also ich habe jetzt mal offscreen, habe ich mal geschaut, ob wir die eine Rüstung uns erfarmen können. Ich dachte, komm, da habe ich einen riesen Vorteil, aber ich kann ihm die Teile noch nicht abtrennen, warum auch immer. Da muss ich mich mal schlau machen, an was das liegt. Drum habe ich mir gedacht, machen wir die Hauptstory weiter und wir haben hier zwei Kameraden gerettet. Vielleicht haben die ja noch eine Quest oder so für uns. So froh dich zu sehen, Mann. Ich fühle mich nicht gut. Gar nicht gut. Ich brauche meine Medizin. Echt übel. Es ist Stunden her, Mann. Ich schaff's nicht ohne. Was brauchst du denn für ein Medikament? Was sind das für Medikamente, die du brauchst? Ist ein Implantat. Nennt sich Modaxinol. Ohne gehe ich vor die Hunde, Mann. Das letzte Mal, dass ich da raus bin. Na, du weißt, was passiert ist. Es geht mir übel. Echt jetzt. Okay, und wo können wir das finden? Ich werde versuchen, es für dich zu finden. Du weißt nicht, was mir das bedeuten würde, Mann. Ernsthaft? Danke. Ich weiß ja, dass ich viel verlange. Ich meine, wer will freiwillig daraus? Stimmt's? Bitte, Mann. Ich will nicht krank werden. Okay, und wie läuft's mit Hobbes? Du und Hobbes? Kommt ihr klar miteinander? Puh, weiß nicht, Mann. Er wollte mir nicht helfen. Ist nur mit sich selbst beschäftigt. Ich meine, wenn er es wäre, der seine Medizin braucht. Ich meine, es ist nicht so, als wäre ich hier Melo oder so. Ich muss raus. Also gut, wir müssen Medizin finden. Vergiss mich nicht, okay? Ich zähle hier auf dich. Ja, ja, ich schaue mich um und hoffe, ich werde was finden. Wir haben es geschafft, Kumpel. Tut gut, dich zu sehen. Und dass du mir nicht denkst, ich vergesse, was ich dir schulde. Hab das hier gefunden. Ist eins, wenn du willst. Hilft dir vielleicht nicht? Ach, guck mal einer an. Wir haben hier eine Menge Ressourcen gekriegt. Hast du Davy getroffen? Jo, kann nicht behaupten, dass ich den mag. Wollte, dass ich sein Medikamententüch besorg. Klar, hab ich nie gesagt. Mann, war der sauer. Der ist bekloppt, als ich dachte, wenn er denkt, dass ich wieder da rausgehe. Irgendwelche Schwierigkeiten unterwegs hierher? Nee, war ja um die Ecke. Und ich hab den Kopf unten behalten. Das Schlimmste sollte jetzt vorbei sein, nicht? Pass auf dich ab, pass auf dich ab. Okay, wir brauchen Medikamente. Vielleicht finden wir so eine Art Krankenstation oder sowas. Jetzt können wir mal schauen. Wir haben jede Menge Ressourcen gekriegt. Könnten wir theoretisch unser Schwertel nochmal aufrüsten? Nee, wir hätten nicht die Ressourcen dafür. Könnten wir unsere Rüstung aufrüsten? Nee, könnten wir auch. Das könnten wir tun. Ist auch allmählich echt teuer. Jetzt ist die Frage, wollen wir das tun? Hm. Weißt du, was ich probier's so nochmal? Und was haben wir denn hier noch? Schönen Tag! Warren! Sie hat gesagt, ich sollte zur Vorstandsebene gehen, dass es dort sicher wäre. Der Werkschutz hat sie abgeriegelt, aber der Weg dahin, das ist das Problem. Sie hat gesagt, die Sache wird bald unter Kontrolle sein und dass sie externe Unterstützung angefordert haben. Das zeigt nur, wie ernst die Lage ist, wenn sie um Hilfe von draußen bitten. Aber weißt du was? Ist okay. Wenn die alles unter Kontrolle haben, dann werde ich einfach hier sitzen bleiben und warten. Es ist erschreckend genug, den Geräuschen zu lauschen. Geschweige denn, da rauszugehen. Hier drin bin ich sicher. Okay, also wir haben jetzt mittlerweile zwei Quests. Eigentlich drei. Einmal Medikamenten finden, einmal eine Lanze finden für die andere, die wir da gefunden haben. Also getroffen haben. Und eben die Hauptquest. Hat die eigentlich noch was zu sagen? Warren, wie läuft's da unten? Irgendwelche Neuigkeiten? Wir müssen rausfinden, was hier los ist. Bitte, schau dich ein wenig um. Ich empfange immer noch Notsignale aus den Produktionsbereichen. Übrigens, du hast da unten Gesellschaft. Hobbs scheint okay zu sein, aber der andere... Was weißt du denn über Davy? Das stimmt nicht mit Davy. Steht nicht gut um ihn. Seine biometrischen Daten sind blankes Chaos. Und er steht immer noch unter Schock. Murmelt ständig, dass er seine Medikamente braucht. Aber dazu steht nichts in den Akten. Hm. Was ist mit Hobbs? Schon mit ihm gesprochen? Kaum zu glauben, dass er nur ein paar Kratzer abbekommen hat. Bei allem, was er durchmachen musste. Er hat da draußen Freunde verloren. Einer wurde direkt vor seinen Augen getötet. Ich kann mir nicht vorstellen, wie er sich fühlen muss. Na gut. Ich sollte jetzt... Warren. Hallo? Ja. Achso. Okay. Und tschüss. Du hattest doch gar nichts mehr zu sagen. Sei vorsichtig da draußen. Natürlich bin ich vorsichtig. So. Hier diesen Weg haben wir ja uns erschlossen. Da können wir jetzt abkürzen. Das heißt, wir müssen uns nicht wieder durch die ganze Maschinerie durchschlagen, sondern wir können hier gleich wieder ansetzen. Und hier haben wir dann gleich drei neue Möglichkeiten, uns weiter zu bewegen. Und das werden wir dann auch tun. Ja, super. Der sieht mich doch, oder? Aua. Ach, wie war es doch nochmal hier? Können wir drüber reden? Ich kann aber auch keine Teile abschlagen. Ich verstehe das nicht. Ist die Waffe schon wieder zu mächtig? Ich habe keine Ahnung. So, was ich gerne machen möchte. Hier oben rechts sind welche, aber hier geht auch eine Leiter nach unten. Ich würde sagen, wir testen mal aus. Hier sind wir schon das letzte Mal lang gelaufen. Hier geht es zum DLC. Ach nee, hier geht es ja auch nochmal weiter, ne? Können auch erst mal da reinschauen. Also hier unten geht es zum DLC. Da möchte ich noch nicht hin. Kreio ist nicht nur eine Firma, sondern ein Lebensgefühl. Hier bist du nicht einfach irgendwer. Du bist jemand, jemand Wichtiges. Bei Kreio geht es um euer Wohlergehen. Und zwar für Körper und Geist. Kreio ist mehr als nur ein Job. Hier seid ihr Familie. Hier seid ihr daheim. Doch ihr wollt mehr, oder? Hm? Warum viel Geld für Fitness- und Spa-Studios... No, come on. Ich kann mir dieses Gewäsch nicht anhören. Also, die Family hat echt was gegen uns. Okay. Okay. Haben wir ein Problem? DTS bereist ihr jeden Ort auf der Welt und darüber hinaus. Okay, was machst du für ein Käse? Und alles Interface gespeichst. Was? Was wird denn das jetzt? Okay, ich muss hier wieder... Aua. Aua. Wow. Zwei Schläge tot. Gut. Herzlichen Dank. Das war eine eindeutige Warnung. Aber der hält auch nicht so viel aus. Also, wir könnten... Könnten es nochmal wagen. Wir helfen gern. Ja, das ist halt jetzt immer so ein... Habe ich versehentlich vergessen, auf den Aufzug zu warten, ja? Hm. Gut. Fallschaden tut auch weh. Ja, indem du Gegner die Körperteile abdrennst, kann ich Rüstung mir erschaffen. Das ist richtig. Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität und sollte auch deine sein. Aber momentan lassen die Gegner das eher selten zu, dass ich Körperteile abschlagen kann. Warum auch immer. So, können wir jetzt? Können wir den vielleicht wieder hochschicken, dass wenn ich doch wieder sterbe, dass ich hier... Ach nee, da kann ich nur wieder hochgehen. Gehen wir mal auf den Körper, schleichen uns an. Das war doch schon mal gut. Ach guck mal, jetzt ist das Zeichen wieder da. Ich verstehe das manchmal nicht, worum das geht und dann wieder nicht. Also hier könnten wir auch noch lang, aber... Eins nach dem anderen. Jetzt gehen wir erstmal hier lang. So, wie kriege ich dich, Kamerad, denn jetzt am besten klein? Du greifst mich sofort an, wenn ich nur ansatzweise in deine Nähe komme. Ja, alles klar. Kann? Ach guck mal. Okay, er verbieselt sich wieder. Also wenn ich richtig Schiss habe, kann ich einfach wieder abhauen. Ich muss halt nur aufpassen, ich vertrage nicht so viel in ihm. Oh Gott, die Körperteile, die... Oh mein Gott. Was, wenn ich euch sage, den gibt es hier jede Woche. Haben wir hier einen Körper, dann was... Äh, jeden Ort, also... Und darüber hinaus. Sack. Ihr seid am Stand von Rio oder Mardi Gras. You're a lead. Aua, hör doch auf damit. Hinten ist er verwundbar, alles klar, das typische Bier. Ach komm, jetzt geht's kaputt. Na also, haben wir ihn. Oh, der gibt aber gut, ähm, Altmetall. Und dann können wir uns jetzt hier mal allmählich hier vorpirschen. Da oben sind wir nämlich runtergekommen. Möchte ich jetzt nicht allzu nah reinlaufen. Okay. Also hier vibriert auch nichts. Hier gibt's kein Signal. Da scheint nichts zu sein zum Einsammeln. Und schauen wir uns doch mal hier oben um. Ah, da geht's noch weiter hoch. Ist hier hinten noch irgendwas? Nö. Na gut. Dann gehen wir noch mal ein bisschen weiter höher. Boah, wie verzweigt das hier überall ist. Hallo, sind wir alleine? Okay, da ist ein Item. Hier ist noch ein Fahrstuhl. Okay, wir haben noch mal Sachen gekriegt. Ja, fahren wir halt mal runter. Wir werden schnell irgendwo hinkommen. Das ist schlecht. Das ist ultra schlecht. Da möchte ich nicht hin. Die zwei, die werde ich nie schaffen. Wir können das mal einsammeln. Die zwei schaffe ich nicht. Nicht auf einmal. Okay, wir gehen mal woanders hin. Die werden mich einfach nur aus dem Leben treten. Das weiß ich jetzt schon. Schauen wir mal, wo es hier weiter geht. Das ist halt jetzt so wie in Dark Souls. Man muss es mir ja auskundschaften. An welcher Stelle man weiterkommt am besten. Hier geht's auch weiter. Hier geht's lang, hier geht's lang. Ich höre. Ich weiß nicht, ob ihr es aus Recycling rausgeschafft habt. Ob ihr mich überhaupt hören könnt. Aber wenn, dann trefft mich an der Fernsehgestation. Passt auf euch auf. Ich werde warten. Zusammen können wir das schaffen. Okay, also hier ist nichts. Können wir da über die Rohre? Ah, wisst ihr wo wir sind? Da unten, da ist der Zug, der uns in diesen Freizeitpark führt. Das heißt, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Können wir jetzt über die Rohre? Oh, 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 oh. Oh ja, in sowas bin ich immer... Verdammt gut. Kann ich da weiter hoch? Nein. Okay, jetzt muss ich die Treppe nehmen. Ja, 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 es ist gut. Ich weiß, da ist irgendwas. Aber ich sehe es gerade, da ist es. Okay, weiter höher geht es hier nicht. Dann müssen wir wohl nach unten. Schritt für Schritt langsam nach unten. Ja, 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 ja. Möchte ich das? Ah, guck mal, da unten wartet er doch schon. Hm, was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht, ob das jetzt so... Ja, es nutzt halt nichts, ne? Wir müssen es doch erhöhen. Irgendwann müssen wir es doch mal angehen. Ist es einer? Ne, ist es einer, ne? Alter! Ja, danke fürs Gespräch. Wo ist denn hier... Wo bin ich denn hier? Da, so. Jetzt lass mal hier anvisieren. Okay, bei dem geht es jetzt nur darum, irgendwie schnell wegzukriegen. Okay, auf Wiedersehen. Puh. Das für einen kleinen Schrotthaufen. Was, noch mehr? Hä? Da drin, oder was? Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Na, dann öffnen wir mal langsam. Ganz lang. Mein Gott, wie sieht es denn hier aus? Was ist denn hier passiert? Alter Schwede, den haben die ja komplett auseinandergenommen. Hm. Die hatten keinen erquickenden Arbeitstag. Guckt mal, da ist das Teil, was uns nervt. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Wie ist das, noch mehr? Okay. Ich renne doch jetzt nicht einfach blind links davor. Ist das irgendwo? Da hinten ist noch ein Teil? Was ist das hier so verwirrend? Ist das hier so verwirrend? Ist es so dunkel? What? Oh, erschreck mich doch nicht. Wo kommst du denn her? Meine Güte, weg da mit dir. Ja, die machen mich doch mit einem Schlag. Die nehmen mich doch komplett aus dem Leben. Okay, wir gehen mal in die andere Richtung. Okay, da wartet schon einer. Der ist ganz heiß auf mich. Ja, klar. Ja, klar. Komm, da ist doch einer drin, oder? Nö. Okay. Geschwindigkeitsmatrix. Gut. Hier können wir auch noch hoch. Mein Gott, wie soll man sich denn hier auskennen? Okay. Wir visieren mal hier den an. Den locken wir mal raus. Können wir den anvisieren? Nehmen wir mal die Drohne. Kommst du? Ähm, ja. Okay, haben wir. Der ist erledigt. Dann nehmen wir jetzt noch... Dann noch mehr. Ulfrahmenlegierung, finde ich gut. Ist wahrscheinlich ein Audiolog? Ja. Erst lässt Ferguson uns sitzen und dann sind wir wieder beste Kumpels und sollen zur Party. Der kann sich ficken. Hör dir den Scheiß an. Hey Leute, wie ihr wisst, ist nächste Woche mein Geburtstag. Was glaubt er, wer er isst nach all dem, was er abgezogen hat? Es gibt massig Kuchen, also bringt jede Menge Hunger zum Pausenraum zwölf. Hoffe, der erstickt an. Erst die Drohnen, dann John und jetzt unser Lohn. Der Wichser hat mehr Schraube locker, wenn er glaubt, das ist vergeben und vergessen. Und irgendwann schnapp ich mir meine Werkzeugkiste und zieh sie ihm fest, das sag ich dir. Wir haben hier jede Menge Loot. Ah, da hinten war da wieder so eine blöde Maschine. Will ich die haben? Oh, und da wartet der. Den hab ich ja gar... Oh Gott. Der hätt mich jetzt sowas von weggekloppt. Na, wollen wir? Wollen wir noch ein Tänzchen? Okay, der ist weg. Da oben ist das Teil. Wie komm ich denn da hoch? Wollen wir, wie komm ich an denen vorbei? Da links rum, ne? Wahrscheinlich wartet da auch noch ein Gegner auf mich und macht mich jetzt alle. Was ist denn? Jetzt flippt doch mal nicht aus. Diese Geräusche, die machen mich ja wahnsinnig. Da ist nichts. Da geht's, da geht die Tür dann auf. Da läuft wieder ein. Oh, das ist so ein schneller. Ja, ich weiß, da ist was. Ist ja gut jetzt. Dann lassen wir den mal rankommen, würde ich sagen. Okay. Dann lassen wir ihn... Ach, komm, diese Attacke, ne? Die macht mich. Habe ich dich. Ich habe halt wieder fast keine Lebensenergie mehr zum Nachfüllen. Das wäre vielleicht auch mal so ganz geil. Geht's denn hier lang? Was ist denn das? Ach, da war das einer mit ein... Mit ein, äh... Das sind zwei. Zwei Aschis mit einer Kanone hier. Ich fasse es ja nicht. Aha. Okay. Tja, jetzt ist halt die Frage, ne? Wollen wir den jetzt da drin kaputt machen und da weiterlaufen? Oder wollen wir da unten lang gehen? Wo habe ich mich denn jetzt schon wieder rein manövriert? Ja, gut. Greifst mich gleich an, ne? Alter! Ist ja gut. Der ist ja voll Akku sofort. Super. Das ist eine Blubbelblase. So. Das Tor machen wir auf. Jetzt hauen wir einfach ab. War das jetzt clever? Weiß es nicht. Was haben wir denn jetzt eingesammelt? Omniboost, okay. Aber das heißt im Umkehrschluss, ich muss hier nie wieder hin. Ist korrekt? Scheiße, ich muss hier nochmal runter. Wartest du oder bist du wieder... Okay, du bist ja in lauer Stellung. Oh fuck. Das ist schlecht. Das ist echt schlecht. Also auf Deutsch. Vorbeirennen. Ich war nie hier. Ich war... Oh, ich war nie hier. Hau doch ab, komm. Lass mich. Ich bin nicht der Gegner, den du suchst. Okay, er verzieht sich wieder. Der ist mir gerade noch ein bisschen zu mächtig. Okay, haben wir hier den Massaker rum. Wo ist denn das Teil? Hier hinten, oder was? Na, Tatsache. Schrotthaufen, okay. Gut. Wir haben ja hier einen Aufzug gefunden. Dann können wir da mal lang gehen. Ich hab halt nicht mehr wirklich viel... Ähm... Reserven. Oh, 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 oh. Drehst du oben, rennst du auf mich zu? Was ist los? Stehst du mit dem Rücken zu mir, ne? Ach, du Sau. Du Dreckshammel, du. Nein! Die Lücke! Ja, natürlich. Ich musste die eine Lücke, musste ich natürlich entdecken. Hm, ja. Okay. Also hier ist es sehr weitflächig. Ja. Entschuldigung, ich hab noch keine Medikamente für dich gefunden. Wir helfen gern. Hier geht's ja nirgendswo weiter. Können auch mal den anderen Weg gehen. Vielleicht ist der etwas humaner zu uns. Ei, 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 ei. Und jede Menge... Ja, wohl. So viel Altmetall ist das jetzt auch nicht, was uns verloren ging. Das können wir auch vergnusen. Geh mal aufs linke Bein. Schleich mich an. Warum? Nix da. Okay, wir schauen jetzt mal hier die Treppe lang. Wo es hier lang geht. Vielleicht ist hier der... nicht ganz so hardcore. Wir machen dich jetzt weg, wie ich. Na, guck mal einer an. Oh. Hi. Ich bin so gut wie tot. Ist eigentlich dieser eine Roboter wieder da? Ja. Na toll. Der kommt auch immer wieder. Okay, jetzt kommt der erst von links, oder was? Ja, Tatsache. Na, dann machen wir jetzt mal das rechte Bein weg. Guck mal. So, der ist erledigt. Da oben hat sich auch noch einer versteckt. Der ist ja relativ simpel. Nichts da. Nichts da, mein Freund. Okay. Hinten geht es ja auch noch weiter. Hei, 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 hei. Wir haben da noch jede Menge. Was ist denn hier eigentlich? Geht das kaputt? Ja. Aber ist nichts drunter. Okay. Dann schauen wir doch mal vorsichtig hier lang. Ich höre auf jeden Fall irgendwelche Schritte. Und hier ist irgendwas versteckt. Wo bist du denn, lieber Gegner? Na, fällst du mir gleich den Rücken? Da unten steht er. Oh, das sind zwei. Oh, nee, das ist doch so ein Yogi. Hallo. Na, flippst du aus? Das sieht mich nicht. Dann mache ich dich alle. Okay, das war jetzt leichter als gedacht. Da geht es auch noch mal weiter. Ah, es gibt hier schon... Ach Gott, wie viele sind hier noch? Alter! Das ist ja, ist ja ganzer... E-Mini. Au, fuck. Der hat mich jetzt aber eiskalt erwischt. Gut, erstmal hier Sachen einsammeln. So, da war doch noch einer, der die ganze Zeit umwandert. Passt auf, können wir den anlocken? Ja. Dann locken wir den nochmal mit unserer Drohne an. Tagchen! Alles sehr eng und blöd und überhaupt... Ja, ja, du, mit deinem Zwirbelangriff. Gut, der ist weg. So, wo ist der vierte oder dritte? Hier ist eine Tür, die kriegen wir erst ab Level 60 auf. Alles klar. Aber hier unten geht es auch noch weiter. Da ist doch irgendwo einer noch lang gelaufen. Na, springt er irgendwo aus der Seite raus. Hier geht es auch noch lang. Drohnenmodul erhalten. Erschütterungsmodul. Die Drohne beschleunigt und rammt den Gegner mit großer Kraft. Die hier schon auswählen? Ja. Volver? Testen wir die doch mal einfach aus, würde ich sagen. Ich höre ihn doch. Da läuft er. Wow. Ist ja gut. Hab ich nichts. Ah, okay. So erhalten wir diese Scrap-Dinger da. Gut, 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 gut. Mit denen können wir dann die Waffe, die wir jetzt haben, weiter aufleveln. Sag mal, was ist denn hier? Wie tief geht denn das noch runter? Okay, da geht es auch noch weiter. Aber das ist hier auch wieder dicht. Das kann ich anscheinend erst wieder... Vitalininjektion, okay. Das kann ich wieder wahrscheinlich von der anderen Seite erst öffnen. Okay. Aber... Oh. Aber ich hab noch was anderes gesehen. Ich glaube, man konnte irgendwo aufs Rohr draufsteigen. Da war so eine Lücke im... Im Dings. Im... 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 Ne? Zaun da? Absperrung? Da? Ne. Wo war denn das? Ich hab das doch... Haben wir das jetzt noch eingebildet? Ne, hier. Guckt mal. Da kann ich drauf. Ach, komm, was soll's? Nützt ja nix. Bringt mir das was? Außer, dass mein... Teil hier völlig austickt. Weil es sehr dunkel ist. Aber nein, bringt mir nichts. Na gut, dann gehen wir wieder. Das heißt, hier kommen wir später zwangsläufig irgendwann wieder hin. Spätestens Level 60 können wir hier die Tür öffnen. Ja, ist ja gut, ich weiß, da ist noch was. Aber das finden wir halt jetzt nicht. Tick mal nicht aus, mein Guter. Wo wollen wir jetzt lang? Es geht langsam doch die Option aus. Wir können hier geradeaus noch weiter gehen. Der da oben sollte uns ja eigentlich in Frieden lassen. Das ist ja der mit dem Schwertarm. Achso, kommt die blöde Drohne da raus? Ist auch wieder irgendwas? Meine Güte, ey. Du kriegst echt die Tür nicht zu. Überall ist irgendwas versteckt. Wo denn? Ach da. Erschütterungsmatrix. Ja gut, aber wir sammeln eigentliches an gute Sachen anscheinbar. Okay, jetzt müssen wir... Oh. Moment. Blocken mit LBR hoch oder unten, um hohe oder niedrige Angriffe auszuweichen. Achso. Achso? Moment. Was? Und die ist so hüpfig. Ach, das ist der... Oh mein Gott, das ist aber... Okay, das ist... Ist das der Block? Gut. Gut. Das wird witzig. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal hier... Hat er irgendwelche Teile, die... Hinten halt, ne? Wie viele haben wir noch? Drei. Das sollte reichen, hoffe ich. Na, komm her. Nein. Der ist ja mit dem Rücken zu uns. Kann ich den jetzt einfach... Einfach... Ich meine... Könnte ich mich jetzt einfach anschleichen und ihn da aus dem Leben nehmen? Oh. Das hat ihm nicht gefallen. So, hier haben wir freie Fläche. Jetzt dreht er sich wieder um. Nix da. Das sieht doch recht gut aus. Wo sind wir jetzt da? Okay, haben wir. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Kleiner Schrotthaufen. Alles klar. Liegt noch mehr? Da liegt noch mehr rum? Wo denn jetzt schon wieder? Hier die Kiste rein? Nein. Hier ist es auch nicht. Ach, Mensch. Ach, da hinten wahrscheinlich. Na, hier hinten drin? Hä? Oh, man. Okay, haben wir auch, äh, gefunden. Wieder einen Schrotthaufen. Das ist gut zum Hochleveln. Beziehungsweise mal kurzfristig Ressourcen uns zu holen. Das Tor ist dicht. Aber da ist nochmal irgendwo was versteckt. Aber dann auf der anderen Seite. Okay, alles klar. Würde ich sagen, gehen wir mal weiter hoch. Hallo? Hallo? Ah, oder da hinten vielleicht. Das ist aber manchmal echt eine ganz schön dunkle Angelegenheit. Halt mal, ich habe doch eine Taschenlampe, ne? Wie war denn das hier? Guckt mal. Haha. Da ist das Teil, das wir auch brauchen. Was haben wir denn jetzt? Vitalboost. Okay. Dann müssen wir uns mal durchpriemeln, was wir jetzt schon wieder, mittlerweile alles eingesammelt haben. Das ist ja wieder einiges. So, was? Wo sind wir denn hier jetzt wieder? Hier ist dicht. Okay. Oh, oh. Mit oder ohne Gegner? Was? Hä? Wo denn jetzt? Da drin, oder was? Okay. Haben wir? Energetische Batterie. Alles klar. Nimm mal. Was ist denn hier? Hier können wir irgendwas anklicken? Oh. 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 Warte mal. Es sind ja eins, zwei. What? Vier? Möchtet ihr uns das Spiel sagen? Nein. 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 Die schaffe ich nicht. Könnte sie pullen? Warte mal. Das könnte ich versuchen. Einzelne pullen. Das wäre eine Methode. Moment. So. Wie? Nicht genug Energie? Okay. Wir packen die andere Drohne wieder rein. Pullen. Pullen nuttig, ne? Ich will nur dich. Nur dich. Kommst du? Nehmen wir den Kopf. Ach komm, jetzt bleibe ich an einem blöden Fass hängen. Okay, der erste ist weg. Pullen wir den nächsten. Na, kommen sie ran. Na, kommen sie. Kommen sie. Kommen sie. Oh, oh. Das war nicht gut. Oh mein Gott. Hör auf damit. Ich bin nur nur Loot. Geil. Okay, haben wir. Ne, wir haben uns auch jetzt wieder ein schönes Zümpchen. Ach, der hat eine andere Art Rüstung auch. Alles klar. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit. Jetzt sind wir nur noch bei zwei. Kommst du? Der macht mir gerade am meisten Sorgen. Na, schauen wir mal, ob wir den kleinen kriegen. Jupp. Okay. Das war glücklich. Gut, 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 gut. Wieder Teile gekriegt. Äh. Dann können wir unsere Waffe wieder aufleveln. So, das ist der letzte. Führung. Unsere Experten in Resolve Chemikalienraffinerie arbeiten rund um die Uhr um die perfekte Kombination, ne, Komposition für unsere Raketen zu gewährleisten. Okay. So, den versuchen wir gleich mal hier von hinten. So, haben wir. Oh, da stehen auch noch Wachen. Level 70. Heißt das, ich hab hier so gar nichts zu suchen? Na, dann fehlt ja nur noch eine Kombination, die wir machen können. Die Wachen da hinten könnten wir jetzt noch pullen, dann wären die schon mal weg. Was ist, wenn ich eine anschieße? Kommt dann auch eine oder kommen die alle gleich wieder im Rudel angeschissen? Den Helm haben wir schon, ich will jetzt das Bein haben. Jo, da kommt nur einer. Alles klar, den kriegt man klein. Hoffe ich. Hi. Ich seh halt nichts, ne. What? Ich hatte doch... Oh nö, jetzt muss ich da wieder hinlaufen, um das ganze Zeugs einzusammeln. Das hätte ich jetzt schon gerne. Das sind 3.300. Die möchte ich jetzt nicht einfach hier... Ja, ja. Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität. Und sollte auch deine sein. Haben wir jetzt theoretisch genug Material? Das Schwert nochmal aufzurüsten? 0. Wieso 0? Achso, Wolfram-Relegierung MK3. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Okay, von denen haben wir jede Menge. Verstehe, ich verstehe. Aber wir haben hier neue Teile auch. Verteidigung 13. Verbrauch Kernleistung 4. Was haben wir momentan an? Das Ding, ne? Ver... Ähm... Hätten wir auf jeden Fall schon mal einen besseren Schutz. Okay, wir brauchen auf jeden Fall... Wir haben die Arme, wir haben den Körper, wir brauchen Beine und Kopf. Okay, wir laufen jetzt wieder zurück und holen uns unser Altmetall. Das war ja nicht allzu weit weg. Das sollte relativ zügig gehen, wenn wir jetzt nicht irgendwie wieder drauf gehen permanent. Und nicht zu voreilig den Fahrstuhl runterknallen. Ich frage mich immer noch, also das muss ich mir mal in der Aufzeichnung anschauen. Ich frage mich immer noch, wie der mich jetzt weggemacht hat. Hat er auch schon so eins? Ich frage mich immer den Kopf an. Ja, okay. Da habe ich zu viel Schaden rausgehauen. Sonst locken wir erstmal den da unten an. Und dann machen wir den da... Da steht ja gar keiner mehr. Warum? Okay, holen wir uns erstmal den. Nein! Das war... Unterschätze meine Kraft. Ach, jetzt steht da wieder einer. Okay, wir können uns sparen, das Altmetall einzusammeln. Wir sind durch eine Facklücke gefallen. Ich fass es nicht, ey. Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität. Ja, ja, Sicherheit bei der Arbeit. Okay, wir haben jetzt mal locker einen Levelaufstieg über den Jordan getreten, förmlich. Das ist eigentlich das Links, was ich hier habe. Ich habe hier links noch ein Symbol, also unterhalb meiner Energie- oder Lebensleiste. Apropos, Moment mal. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Wir laufen jetzt nochmal zurück und schauen uns erstmal die ganzen Module an. Wir haben ja jede Menge eingesammelt. Huch. Mal schauen, was wir damit noch machen können. Hä? Moment. Wie ging es denn hier lang? Da lang. Vielleicht können wir ja da etwas Besseres uns zusammen kombinieren. Ich finde es auch geil, dich zu sehen. Äh, nee, dich zu hören. Tja. Na gut. Schauen wir mal. Gesundheit wiederherstellen. Moment. Omnibus, das bringt uns ganz mehr Schaden und alles. Mal schauen, was wir jetzt noch so haben. Bestimplantat. Okay, das bringt uns einfach nur Lebensenergie. Das bringt uns mehr Ausdauer, was vielleicht gar nicht mal so schlecht wäre. Was haben wir hier? Gesundheit wiederherstellen. Wir brauchen Kernleistung 1, Elementarschaden plus 10. Da ich aber noch keine Waffe habe mit Elementarschaden, brauche ich das auch noch nicht auszurüsten. Und dann haben wir hier nochmal 1 zum Hochpushen, also zum Leben wiederherstellen. So, was haben wir denn hier noch? Verbrauch von Kernleistung 1, Energieverlustrate minus 25. Ja, okay. Erhöht bei entsprechender hoher Energie die Wucht. Dazu bräuchte ich aber eine Wuchtwaffe. Ich benutze erhöht bei entsprechender hoher Energie. Das Angriffstempo ist natürlich schon wieder sehr viel interessanter. Was haben wir hier noch? Hier nochmal taktischer Omniboost. Und das da oben. Verbrauch der Kernleistung 8. Ausdauerregeneration plus 30%. Das ist natürlich auch cool. Was haben wir hier noch? Achso, das hatten wir doch schon. Ach, das sind nochmal alle. Habe ich jetzt irgendeines übersehen, weil da mir noch was ansagt? Ach, da unten, guck mal. Achso, das ist nochmal so eins, alles klar. Hm. Ich weiß nicht, ich bin da eigentlich jetzt gerade mit der Kombi noch ganz zufrieden. Da können wir drüber reden, wenn hier, wenn wir 35, Level 35 sind. Dass wir das dann nehmen mit einer schnelleren Ausdauerregeneration. Aber dazu müsste ich halt auch mal irgendwie Lebendige wieder reinkommen. Nicht irgendwelche blöden Dinger abstürzen. Okay. Wir haben jetzt noch einen Weg, den wir testen können. Also da hinten ging es auch nicht mehr weiter, wo wir jetzt so kläglich gescheitert sind, ging die eine Wache. Die Tür war zu, die haben was bewacht. Das andere kam ja so ein bisschen... Zu schwer... Ja, nicht zu schwer, aber... Die haben gut reingehauen. Wir probieren es da jetzt mal links einfach lang zu laufen. Gute Nacht. Wir probieren es hier mal. Mal schauen, was wir hier haben. Hier haben wir schon mal eine Tür, die nicht aufgeht. Das ist super. Das ist die Rampe, nur noch unsere letzte Hoffnung. Okay, hier ist wieder irgendwas. Hier war irgendwas. Hier ist ein Audio-Log. So viel zur Hilfe. Es ist schon über einen Tag und immer noch nicht. Sie antworten, ich kann nicht, die Kontaktierung. Es wird schlimmer da draußen. Die Wäsche ist noch nicht fertig. Ich kann sie immer noch hören. Die Schreie haben aufgehört. Das ist ein Segen. Aber da sind andere Laute. Ich habe einen Typen gesehen, der war in fürchterlicher Verfassung. Aber er schien zu wissen, was er tat. War auf dem Weg Richtung Vorstandsebene. Vielleicht hätte ich hingehen sollen, wie sie gesagt hat. Okay. Also das heißt auf Deutsch, wir müssen da wieder... Aber unser erster Instinkt... ...war wohl der richtige. Und hier geht es nirgendwo weiter. Da kommen wir wahrscheinlich dann irgendwo raus. Na gut. Also rechts hier haben wir alles abgegrast. Da kommen wir nicht weiter. Geradeaus kommen wir auch nicht weiter. Das heißt... ...ins DLC lande möchte ich nicht. Dann geht es nur noch... Ach nee, warte mal. Hier geht es auch noch mal weiter. Bleib du mal da drin, bitte. Hier geht es auch noch weiter. Gucken wir doch mal hier. Guckt euch das an. Körper und Geist. Krio ist mehr als neuen Job. Hier seid ihr Familie. Kann ich nicht anwissieren, ne? Na gut. Guck, guck. Geh mal auf den Kopf. In der Hoffnung, dass ich da das neue Teil krieg. ...einrichtungen gleich hier hat. Und was den Urlaub angeht. Was, wenn ich euch sage, den gibt es hier jede Woche. Richtig. Okay, das war's. ...dts bereist ihr jeden Ort auf der Welt. Und darüber hinaus. Junger Mann, könntest du mal ruhig sein? Seien wir nicht böse. Aber dieses, dieses, dieses Pseudo-Gewäsch kann... ...hilft mir grad. Kann ich dich ausschalten? ...oder Mardi Gras in New Orleans. Nö. ...etwas mehr Kultur? Wie wär ein Spaziergang an der Seine im schönen Räne? Ne, ich will's nicht angucken. ...oder was ist mit einem Besuch im Kolosseum auf der Höhe des Römischen Reiches? Ja, ja, ist ja gut jetzt. Oh, hallo, mein Freund, hallo. Na? Aua. Ach, du. Oh, Mann, ey. Oh, ist das nervig. Gut, nochmal. Es ist, es ist nicht passiert. Es ist nicht passiert. Ich hab nichts gesehen. Komm jederzeit wieder. Ja, ich komm öfter als dir lieb ist, glaub ich. Ja, gut, das war jetzt... ...unglücklich erwischt. Nennen wir es mal so. Es könnte noch eine längere Geschichte werden, das Spiel. Okay. So, vorsichtig da langlaufen. Nicht umdrehen. So, hab ich dich. Der ist weg. Dann locken wir jetzt den anderen da hinten aus dem Eck raus. Machen den weg. Und machen uns einen Spezialfreund. Also, wir sind ja schnell hingerannt. Das ist ja nicht das Problem hier. Könnten wir natürlich jetzt auch anvisieren, ne? Piu, piu. Du bist jemand, jemand Wichtiges. Bei Creo geht es um euer Wohlergehen. Na? Was ist los? Na, komm. Jetzt beeil dich mal. Ich will dieses Gewäsch nicht immer hören. Okay. So, jetzt, da wartet der da hinten. Hallo. Kommst du dran? Gut. Auch erledigt. Einmal Schrotthaufen, bitte. Danke. So, jetzt betreten wir wieder Neuland. Mal schauen, was jetzt auf uns wartet. Ich trau dem Spiel ja keine Millimeter. Ach, da hinten waren wir schon. Ne, das ist doch Selbstmord. Das ist doch Selbstmord. Da einfach loszurennen und das hier, ne. Okay, da müssen wir von außen lang. Wenn da jetzt noch so ein Flammtyp steht. Und dann leuchtet es doch. Was denn? Guck mal einer an. In der Kiste war was. Wir loggen den jetzt erstmal an. Hier geht das? Ich glaub, da waren wir nämlich schon. Was ist jetzt mit dem? Oha. Moment. Du sollst bitte... Drohne, was machst du jetzt für ein Quatsch? Wie der sich verpieselt? Oh, das... Aua. Das macht ja richtig Aua. Äh, 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 wot? So ein Assi, ey. So ein Arsch. Ja, genau, Flammtyp. Ich hab's gewusst. Wir waren nämlich hier schon. Komm her. Alter, ist doch gut. Ist doch gut. Äh, anvisieren bitte. Oh, was hast du denn für eine schicke Waffe? Alter, alter, alter. Ist ja gut. Was hast du denn für eine Kombi? Ich komm da nicht an den Rand. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Bist du verrückt? Oh Gott. Oh Gott. Körper und Geist Hier seid ihr Familie Hier seid ihr daheim